Hallo, heute möchte ich euch unseren neuen ACX Power Center von Scalatec vorstellen. Es ist eine neue batteriebetriebene Personenseilwinde. Es ist sehr leicht zu handeln und das Seil ist auch sehr leicht einzulegen. Es hat sehr viele Features, die wir Ihnen heute erklären möchten. Das Gerät verfügt über eine selbstverkommende Seilbremse, ein Batteriemanagementsystem und ist gegen Schmutz und Wasser geschützt. Um den Batteriestatus zu testen, ziehen wir den Notausschalter, drücken den Power-Knopf für zwei Sekunden und nach Erloschen des blinkenden grünen Lichtes sehen wir, dass das Gerät einsatzfähig ist. Das Gerät ist leicht zu öffnen, das Seil lässt sich leicht einlegen. Das Gerät fährt bis zu 24 Meter in einer Minute oder 2 Meter pro Sekunde mit einem Personen- oder Lastengewicht bis zu 200 Kilo. Der Akku reicht für eine Strecke von bis zu 200 Meter bei einem Nutzergewicht von 100 Kilo. Bei einem geringeren Nutzergewicht sind natürlich mehr Meter möglich. Der Akku ist kinderleicht auszutauschen, wie man hier sehen kann. Das Skylitec ACX kann auch per Fernbedingung von einer zweiten Person vom Boden aus gesteuert werden, um eine eventuelle Rettung möglich zu machen. Die maximale Reichweite hierzu beträgt 150 Meter. Das Gerät ist ein Schöpfung, der es gerade auf dem Boden ausgestattet werden.